So, da sind wir wieder. Wir jumpen einfach jetzt mal hier drunter. Auch wenn ich keine Ahnung hab, ob's richtig ist. Weil auf die Dinger drauf dürfen wir ja auch nicht, da sterben wir ja gleich. Oh shit. Ach, das war richtig. Ach nee, wir sind gestorben. Ah, lustig. Und ich dachte, er lädt den nächsten Level. Hä? Hä? Es sieht so aus, als ob wir da rüber müssten, ne? Ach nee, von hier sind wir eigentlich gekommen. Äh, shit. Shit. Ahhhh. Mist. Oh, jetzt bin ich hier runter. Ich bin wieder... Wo ist das andere? propia Charge. Ich bin wieder die in seinem Obermanbusort. Derja moves auf. Überrasch. Evac attic. ert nein aber wie gesagt sehr sehr fair gesetzte checkpoints hier das hat mich denn jetzt erwischt ach wir kommen gar nicht so weit hoch scheiße das hat ja ein bisschen jedoch besser die rafter auch jetzt sind wir hier ja ja ähm doch nicht hier durch oder bitte oder müssen wir damit durchfallen okay also müsste es ja doch oder kriegen wir das also so schnell kann ich ja einschießen wie die Dinger durchfallen ne es muss doch hier irgendwie weiter gehen na klar wir können die Dinger ja 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 guck mal das jetzt wenn es rausgefallen warum auch immer wie kriegen wir das kaputt ich könnte jetzt noch mit der Armbus drauf feuern aber muss ja da eigentlich theoretisch noch eine andere Möglichkeit geben ich probiere es jetzt einfach mit der Armbus hallo so so Ah, ich seh' von oberhalb Aber Ob ich hier drauf landen kann Ach, ich seh' von oberhalb Ich seh' von oberhalb Ich schau' von oberhalb Aber wie soll ich jetzt weitermachen? Achso. Scheiße. Oh, nö. Okay. Na, das ist auch noch einer. Wobei ich noch nicht erkannt habe, hier rüber war. Danke. So, da können wir uns heilen. Und dann da durch oder wird? Weil ansonsten lustig auch gar nicht wie weit war. Probieren wir es einfach mal. Ich dachte schon, jetzt kommt hier der Endkampf. Okay. So. So. Hui. 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 Das war's. 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 Okay, ich will gar nicht mal bei dieser Musik eigentlich dazwischen reden. Das war's. 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 Das war's.